Der FC Liverpool hat sich mit einem unglaublichen Comeback gegen den FC Barcelona die Final-Teilnahme der Champions League gesichert, wie im Vorjahr. Bilder Galerie Champions League Einzelkritik und Noten zu FC Liverpool, FC Barcelona 29 Bilder Der Gegner wird am Mittwochabend bestimmt, Ajax Amsterdam oder Tottenham Hotspur Champions League Ajax Amsterdam vs. Tottenham Hotspur Ab 21 Uhr im Live-Dicker Beide Mannschaften hatten vor der Saison wohl weniger auf der Rechnung. Für deutsche Fußballfans gibt es allerdings eine schlechte Nachricht, erstmals ist das Finale der Champions League nicht im Free-TV zu sehen. Seit dieser Saison liegen die Rechte beim Pay-TV-Sender Sky und der ebenfalls kostenpflichtigen Streaming-Plattform der ZN, der ZN gratis testen und die Champions League Live. Let's block ads, why? 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 Let's block ads, why?